Auch nach dem Wochenende sieht es gar nicht so schlecht aus an der Börse. Wir sehen, dass der DAX heute mit einem grünen Tag, na noch sieht er schwarz aus, aber hier seht ihr das, ein grüner Tag, die Kurse also weiter gestiegen nach dieser Korrektur, die wir hier hatten. Und wenn ihr die ein bisschen detaillierter euch angucken wollt, hier im 15 Minuten Chart, sieht man das relativ deutlich. So sieht ein korrektives Verhalten aus. Wir haben das ja ganz häufig schon angesprochen. Also wenn es in eine Richtung geht und dann allerdings entweder dreiwellig oder irgendwie mit Überschneidungen, also das ist immer ein ganz gutes Zeichen für eine Korrektur, sucht euch das Zeitfenster aus, indem ihr das am ehesten erkennt, am besten erkennt, aber ich denke mal, ist es relativ leicht nachvollziehbar. Ja, damit gibt es eigentlich im Großen gar nicht so viel zu sagen. Wir streben weiterhin den Abwärtstrendkanal an. Das wird sicherlich eine interessante Marke sein. Ich bin eigentlich ja gar nicht so ein großer Freund. Das ist für viele total kritisch. Warum mag der das mit den Trendlinien ja nicht? Naja, das ist häufig sehr unsauber und ungenau. Aber beim DAX sehen wir, ist es einigermaßen passend hier vorne gewesen. Hinreichend genug, dass wir sicherlich die Zone irgendwie da so im Umfeld der 13.200 vielleicht noch, vielleicht auch 13.150, je nachdem wie viele Tage sich das jetzt hinzieht. Aber dass wir da irgendwie sowas sehen, das ist schon relativ realistisch. Und dort wird neu entschieden, ob der Kurs tatsächlich, was ich hier schon mal blau angedeutet habe, das soll keine Ansage sein à la Fernsehprogramm, das kommt als nächstes, sondern in dieser Ecke hier, da wird entschieden, ob der Markt dann wirklich durchstapft oder ob er das nicht tut. Für die aktuell aktiven Intraday sehen wir, dass wir relativ steil eben immer noch nach oben gehen, korrektiv eben nach unten. Also vorläufig gilt also die Aufwärtsrichtung. Vielleicht gibt es jetzt bald mal wieder eine neue Pause. Das deutet sich hier so ein bisschen an, weil wir hier schon ein bisschen so überlappend unterwegs sind. Also ihr seht das hier und da. Ja, das ist immer so. Wenn es in Trendrichtung geht, ist es in Trendrichtung? Naja, der Trend ist ja doch aufwärts. Das kann man glaube ich sagen. Okay, in Trendrichtung und dann die Überschneidungen nach unten. Dann ist das häufig ein Anzeichen von Ermüdung sozusagen, häufig das Ende. Einige kennen den Begriff Ending Diogenel. Das muss jetzt in dem Fall nicht zwingend hier der Fall sein. Aber ich würde mich nicht wundern. Nein, ich formuliere es besser. Ich würde mich fast schon freuen, wenn der Kurs jetzt das macht, denn das würde abermals wieder Leute in den Markt pumpen, die dann sagen, ah, das ist eine Korrektur. Das ist so ähnlich wie hier. Manch einer kennt den Begriff der Bullenflagge beispielsweise. Das sind alles so Indizien dafür, dass es eben noch weiter nach oben geht. Und Raum haben wir eben festgestellt. Den gibt es da noch. Den gibt es auch bei den Amerikanern. Hier der Dow Jones Future. Auch der ist aktuell auf dem Weg nach oben. Hier haben wir das, was ich noch mal angedeutet hatte, letzte Woche ja schon, dass das nicht hier so klar eine genaue Linie ist. Deshalb ist das hier unsicher, wohin der Kurs geht. Aber auch hier seht ihr, hätten wir noch locker Platz nach oben. Also ich sage mal auf 2.600, 833.000 vielleicht sogar hier nicht. Was habe ich gesagt? 32.800, 33.000, irgendwie sowas in der Richtung. Kann ich mir vorstellen. Das wird er wahrscheinlich nicht in einem Rutsch schaffen. Das wäre ja ganz schön heftig. Aber gut, hier vorne war er auch relativ stark unterwegs. Sind die Rücksetzer sehr klein. Aber wann immer ihr solche Rücksetzer seht, die waren halt jetzt hier etwas später. Ihr seht das hier. Habt ihr aber die Gelegenheit, da in Trendrichtung euch noch mal vorzusetzen. Das gilt natürlich auch heute Nachmittag für den Dow Jones. Gleiches grundsätzlich für den S&P. Auch hier, da hatten wir es sogar schon eingezeichnet. Hier eine schöne Korrektur noch. Und die Chance, die Erwartungshaltung, dass der Kurs nach oben geht. Auch hier gilt das grundsätzlich. Da gefällt mir die Trennkanallinie auch gut. Wir haben aber schon so häufig darüber gesprochen, dass ich es jetzt nicht noch mal breittreten will. Noch mal, wer es nicht in Erinnerung hat. Ich sage mal ungefähr 4.150. Die fällt natürlich. Also es geht dann immer etwas niedriger, je länger es braucht. Und da werden wir dann sehen, ob der Kurs dann da wirklich abprallt an der Linie oder ob er durchgeht. Das werden wir dann sehen, wenn wir da in der Nähe sind. Die Entscheidung, die sollten wir jetzt nicht anstreben schon. Ich weiß, einige wünschen sich da schon. Ja, schafft das jetzt, schafft das jetzt. Ja, da kann ich jetzt wetten oder sonst irgendwie drauf zocken. Das ist aber nicht das, was ich gerne mache, ehrlich gesagt, als Händler. Sondern als Händler sage ich, diese beiden Optionen gibt es. Und wie bereite ich mich darauf vor, dass ich nicht darunter leide? Naja gut, Einstiege hier unten scheinen ja noch ganz in Ordnung. Also jetzt heute Nachmittag in diesem Moment jetzt einsteigen. Auch hier gilt wieder für mich, ich warte gerne auf solche Rücksetzer. Wann immer der nächste Rücksetzer ist, dieser Art, in welcher Größenordnung ihr auch immer gucken wollt, ob ihr im Minutenschart unterwegs sein wollt. Ich will nur mal einmal, dass ihr seht, dass es hier auch im kleineren, von mir aus auch im Minutenschart hier, quasi ähnliche Verläufe gibt. Wenn ihr etwas habt, was so halbwegs dreiwellig ist beispielsweise, dann sind das eigentlich ganz gute Zeichen für grundsätzlich die Fortsetzung. Wir hatten jetzt hier im Laufe der Eröffnung so ein bisschen hin und her. Das ist natürlich auf Minutenbasis kann sowas passieren. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig noch sein. So richtig doll ist das. Aktuell noch nicht wegen dieser Überschneidung. Aber insgesamt finde ich den Aufwärtstenor nach wie vor besser. Richtig gut. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht so positiv beantworten würde. Denn die Aufwärtsbewegung, die wir seit den Tiefs hatten hier im Oktober, die ist ja ebenfalls noch relativ korrektiv. Also so richtig glücklich im Sinne von, das steuern wir auf jeden Fall an. Dafür ist das ganz schön weit entfernt und dafür ist der Anfang ganz schön verkorkst. Also auch wenn ich Intraday durchaus eine Chance sehe für weiter nochmal nach oben, das mag durchaus nicht unrealistisch sein. Denkt daran, auf diese wackeligen Rücksetzer zu warten. Damit erhöht ihr eure Chance, auf der richtigen Seite zu liegen. Sicher ist das nicht. Aber die Chancen sind dann zumindest mal erhöht. Das halte ich für durchaus sinnvoll. Aber denkt immer dran, vorsichtig. Ein bisschen scheint der Markt mit angezogener Handbremse, sonst würde er nicht so starke Überschneidungen hier machen. Das ist Gegenwind. Da sind viele Marktteilnehmer noch nicht so richtig glücklich und dementsprechend noch nicht so richtig kaufwillig unterwegs. Beim Nasdaq ist es grundsätzlich gleich. Also auch hier haben wir das. Hier haben wir wieder eine etwas aufgefächertere Situation. Da kann man sich jetzt stundenlang die Köpfe einschlagen. Welche Linie ist die richtige? Ich mag das dann beides nicht. Aber ich muss mich ja nicht jetzt auf eine exakte Marke für einen Bruch oder sowas zum Beispiel festlegen. Sondern für mich ist es erstmal okay, wenn ich so eine Einschätzung habe, bis wohin wäre das. Und wenn ich das aus aktueller Sicht zu halbwegs gucke, das ist bei 11.930, sagen wir mal ganz grob hier irgendwie was bis hoch von mir aus 12.600. Allerdings auch hier fallende Tendenz. Also je länger das dauert, desto niedriger wird dann eben diese Zone. Damit können wir durchaus rechnen, dass der Kurs hier, wenn er hier hinkommt, im Kurzen sieht das tatsächlich so aus, als ob er da Lust zu hat. Denn er ist relativ steil nach oben unterwegs im Verhältnis zu der Gegenbewegung. Im Mittleren auch hier so ähnlich, wie wir das eben im Nasdaq hatten. So richtig glücklich. Ihr seht schon, ich eier rum. Genauso wie der Markt. Und für mich als Marktteilnehmer, als aktiver Marktteilnehmer bedeutet das normalerweise, also wenn der Markt rumeiert und ich nicht so richtig ein klares Bild sehe, ich also auch hier vokabularisch rumeier, dann mache ich lieber nichts in diesem Markt, sondern suche mir lieber irgendwelche anderen Titeln, vielleicht einzelne Aktien raus, wo das Bild deutlicher ist, als jetzt hier im Gesamtmarkt. So, ich hoffe, dass es euch eine Anregung ist, wie wir hier auf den Markt blicken. Ich bin nicht so richtig davon überzeugt, wer nicht sehr aktiv ist, der sollte jetzt tatsächlich notfalls einen Anstieg verpassen. Denn so richtig tolle Laune und so richtig weite Ziele sehe ich im Moment noch nicht. Und nehmen wir mal an, es wird ein richtiger Bullenmarkt. Dann haben wir noch viele, viele tausend Punkte da vor uns. Also da muss man noch nicht jetzt aktuell auf diesem Niveau unbedingt mit dabei sein. Dann kann man auch gegebenenfalls später noch mit dazu kommen. Wer ein sehr aktiver Händler ist, naja gut, der kann natürlich solche Szenarien, solange stark hoch, wackelig runter irgendwie was aussieht, nutzen, um nochmal diese Richtung eben weiter fortzufahren. Das geht im Kleinen natürlich ebenfalls stark hoch, dreiwellig runter, irgendwie sowas in der Richtung. Wohlweislich häufig liegt man daneben, aber mehrfach wahrscheinlich eher richtig. Und wenn man es dann ein bisschen laufen lässt, müsste das dann eigentlich insgesamt, nicht jeder einzelne Trade, positiv ausgehen. Soweit die Ideen dazu. Euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, toi toi toi. Und bis zum nächsten Beitrag.